Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 15. September 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten an der Dniprofront. Die Verwaltung der Chersonoblast kündigte eine obligatorische Evakuierung der Zivilbevölkerung an. Familien mit Kindern werden vom Ufer der westlichen Seite der Chersonoblast evakuiert. Die Entscheidung betrifft etwa 30 am Ufer liegende Siedlungen, darunter auch die Städte Antonivka, Korsatzke und Bereslav. Insgesamt sind Dörfer entlang des gesamten Ufers betroffen, vom Abschnitt Velodenske südlich von Belaziorca bis hin zum Dorf Osokorivka, damit entlang dieser gesamten Linie. Laut einem russischen Militärblogger werden ukrainische Stellungen währenddessen am westlichen Ufer weiter verstärkt. Die Artillerie der ukrainischen Seite ist regelmäßiger aktiv und beschießt im Prinzip an allen Abschnitten das russische Ufer. Auch die Dachias im Dnipro-Delta werden weiter regelmäßig von ukrainischen Truppen besucht. Er appelliert an seine Seite, unbedingt das Ufer zu halten und die Ukraine nicht am Ostufer landen zu lassen. Er kritisiert auch die Aussagen eines russischen Propagandisten im russischen Staatsfernsehen. Dieser behauptete heute, dass die ukrainische Evakuierung wegen der Angst einer großen russischen Landungsoperation durchgeführt wird. Diese Behauptung stellt der russische Militärblogger als Lüge dar. Tatsächlich hat seine Gruppierung am Ostufer nicht genug Kräfte für solch eine Operation. Auch was die Artillerie betrifft, sind nicht genügend Kräfte vorhanden, um solch eine Operation zu unterstützen. Er wird also die Ukraine hier bald etwas planen. Falls ja, dann werden wir das in naher Zukunft sehen. Soviel zur aktuellen Situation an der Dnipro-Front. Wir springen nochmal ins Schwarze Meer. Noch gestern Abend meldete die Ukraine einen Angriff auf zwei russische Patrouillenschiffe namens Vasilij Burkow. Beide Schiffe wurden mit Seedrohnen angegriffen und beschädigt, so die Aussagen der ukrainischen Seite. Es wurde auch eine Drohnenaufnahme veröffentlicht, die eine der zwei Angriffe zeigt. Der aktuelle Zustand der Schiffe ist nicht bekannt. Die russische Seite äußerte sich nicht weiter dazu. Auch die russische Korvette Samun wurde laut ukrainischen Aussagen nach einem Seedrohnenangriff beschädigt. Die Drohne traf angeblich das Schiff an der rechten hinteren Seite und verursachte dort einen erheblichen Schaden. Auch hier haben wir keine Aussagen der russischen Seite. Bild bzw. Videomaterial liegt diesbezüglich nicht vor. Weiter geht's in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. Russische Militärblogger sprechen heute am frühen Morgen von einer Reihe von ukrainischen Sturmversuchen in Richtung des Dorfes Verbove. Beteiligt war die ukrainische Infanterie. Wenige Transportfahrzeuge transportierten ukrainische Trupps. Weiterer Einsatz von schwerer militärischer Technik wurde nicht registriert. Erfolge werden der Ukraine ebenfalls nicht eingeräumt. Zum heutigen Abend waren auch aus neutraler Sicht keine festzustellen. Ein anderer russischer Militärblogger spricht von Kämpfen an der nordwestlichen Grenze des Dorfes. Das stimmt mit unseren Beobachtungen und dem hier angezeigten Frontverlauf überein. Darüber hinaus kam es zu Stellungskämpfen an den uns bekannten Abschnitten. Nämlich zunächst in der Region Robotone und natürlich am Abschnitt zwischen Novoprakopivka und Verbove. Dort wurden zum heutigen Tag keine Veränderungen identifiziert. Laut dem stellvertretenden Gouverneur der Okkupationsverwaltung hat die ukrainische Seite den Beschuss mit Streumunition deutlich verstärkt. Ihm zufolge wird aktuell vor allem die Region Verbove in Novoprakopivka intensiv von ukrainischer Streumunition angegriffen. Russische Militärblogger sprechen weiter vom Verlegen ukrainischer Reserven in Richtung der Frontlinie. Vor allem die Dörfer Maladok, Meitschkabi, Luchiri und Novodanilovka werden weiter verstärkt. Eine russische Quelle spricht erneut von einem Flankenangriff der russischen Streitkraft nördlich von Verbove. Diesbezüglich nennen sie aber keine Informationen. Tatsächlich haben wir auch keine Updates, was diesen Frontabschnitt betrifft. Der letzte Stand war, dass es am Abschnitt der T0803 Straße zu Gefechten kam. Dort gab es kleine Bewegungen in der Grauen Zone. Zum heutigen Tag werden weder zugunsten der russischen noch zugunsten der ukrainischen Seite Bewegungen an der Frontlinie registriert. Damit verlassen wir diesen Frontabschnitt in Richtung der Donetsk-Front. Wir starten am Abschnitt des Dorfes Priutne. Hier kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Kämpfen nördlich des Dorfes. Wenn wir uns zurückerinnern, vor etwa einer Woche hatten wir diesen Wald nördlich des Dorfes besprochen, wobei die russische Seite als Folge einiger Gegenangriffe sich nicht in diesem Wald festsetzen konnte. Wir sind damals dabei verblieben, dass dieser Wald der Grauen Zone zuzuordnen ist. Und heute gibt es diesbezüglich Updates. Ukrainische Truppen konnten sich in diesem Wald festsetzen und kontrollieren diesen aktuell vollständig. Damit rutscht dieser Wald von der Grauen in die Gelbe Zone. Die Veränderung ist hier nochmal in Dunkelgelb hervorgehoben. Ein paar Kilometer östlich am Abschnitt Novomajorske-Novodonetske sind ukrainische Trupps mit Transportfahrzeugen. Südlich des Schaitanker Flusses aktiv. Ein Max-Pro-Fahrzeug wurde nicht weit von der Grenze des Dorfes Novomajorske gesichtet und von einer russischen FPV-Drohne angegriffen. Das betrifft konkret hier diesen Abschnitt der Straße. Im Waldstrich südlich des Flusses befinden sich ebenfalls ukrainische Trupps. Damit fällt dieser Bereich erstmal von der Grauen in die Gelbe Zone. Von dort aus wurden allerdings erstmal keine Angriffe der ukrainischen Seite in Richtung des Dorfes Novomajorske unternommen. Mehr Informationen haben wir von diesem Frontabschnitt erstmal nicht. Das betrifft auch weiter den Abschnitt der Stadt Wuchledar. Auch hier bleibt es im Laufe der letzten Tage weitestgehend ruhig. Hin und wieder werden Stellungskämpfe registriert. Ansonsten kommt es nur zu Artillerieduellen an diesem Abschnitt. Westlich der Stadt Donetsk bleibt es im Laufe der vergangenen 24 Stunden bei Kämpfen in den Regionen Marienka und Avdijivka. Die russische Seite unternahm weitere Angriffsversuche südöstlich der Stadt. Vom Abschnitt Gashdanova. Erfolg wurde nicht registriert. Das gleiche Sehne von der ukrainischen Seite in Richtung des Donetsk-Lughafens. Auch hier gab es erstmal keine Veränderungen. Nördlich des Dorfes Krasnachorivka wurde die ukrainische Seite ein Stück aktiv und unternahm einige Angriffe in Richtung des Dorfes. Aber auch an diesem Abschnitt erstmal ohne Veränderungen. Damit geht es weiter in Richtung des Abschnitts um Bachmut. Am heutigen Morgen bestätigte die dritte ukrainische Sturmbrigade die vollständige Eroberung der Siedlung Andrivka. Auch der ukrainische Generalstab spricht heute offiziell davon. Laut den Aussagen der dritten Sturmbrigade gelang es ihnen, die 72. russische Schützenbrigade zu vernichten. Sie sprechen vom Abschneiden ihrer Kräfte nach einer Blitzoperation und dem Eliminieren einer großen Anzahl an russischen Soldaten und Ausrüstung. Beweise liegen dafür nicht vor. Das sind lediglich die Aussagen der ukrainischen Seite. Russische Militärblogger bestreiten diese Aussagen und sprechen von ihrer Kontrolle des Dorfes. Das entspricht natürlich nicht ganz der Realität. Tatsächlich hat sich die russische Seite wieder hinter die Eisenbahnlinie zurückgezogen. Ob die dritte Sturmbrigade tatsächlich einen großen Teil der russischen 72. Brigade einkesseln konnte, können wir aus neutraler Perspektive leider nicht überprüfen. Die Einnahme der Siedlung hat aus strategischer Sicht natürlich überhaupt keine Bedeutung. Tatsächlich ist von diesem Dorf auch nicht mehr viel übrig. Ich habe heute in meinem Telegram-Kanal bereits ein Bild aus der Siedlung veröffentlicht. Die russische Seite hat sich hier nun hinter die Eisenbahnlinie zurückgezogen und vermutlich wird es zu Stellungskämpfen bzw. ukrainischen Angriffen nun an diesem Abschnitt kommen. Wir springen kurz in Richtung Klischiefka. Weißrussische auf der ukrainischen Seite kämpfende Einheiten sprachen heute von der vollständigen Eroberung des Dorfes Klischiefka. Laut dem Kalinowski-Regiment sei das Dorf vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Später wurde das Video und die Aussage allerdings wieder gelöscht. Ein ukrainischer Militärblogger spricht von weiterer Arbeit, die im Dorf Klischiefka bevorsteht und sagt damit, dass das Dorf nach wie vor nicht vollständig unter ukrainischer Kontrolle ist. Ein russischer Militärblogger behauptet, dass seine Kräfte das Dorf vollständig verlassen haben und dass die Ukraine es so gut wie vollständig unter ihrer Kontrolle hat. Drohnenaufnahmen bestätigen die Präsenz russischer Truppen an der Grenze des Dorfes bzw. im nördlichsten Teil der Siedlung. Dieser Bereich wird weiter intensiv von der ukrainischen Artillerie beschossen. Es kommt zu Kämpfen in der Grauen Zone. Möglicherweise gelingt es der Ukraine hier im Laufe der nächsten 48 Stunden die vollständige Befreiung der Siedlung auszurufen. Gegeben der aktuellen Situation dort ist das auch nicht unwahrscheinlich. An der nördlichen Flanke weitere Stellungskämpfe an den Abschnitten Berchewka und Orychowo-Vasiljevka. Wir können an keinem der beiden Abschnitte Veränderungen feststellen. Wir springen zum Abschluss an die nördliche Frontlinie. Hier bleibt alles mehr oder weniger beim Alten. Am aktivsten ist die russische Seite nun wieder in der Region Kobiansk. Vor allem am Abschnitt Szyn-Gifka und Liman-Pershye. Vor allem im Wald westlich der Siedlung unternimmt die russische Seite regelmäßig Angriffe. Vereinzelt kommt es auch zu russischen Angriffen südöstlich von Liman-Pershye und zwar in diese Richtung. Nach den gestern registrierten russischen Vorstößen können wir zum heutigen Tag keine Veränderungen an diesem Abschnitt feststellen. Denn tatsächlich bleibt es hier weiter bei intensiven Stellungskämpfen. Und es kann gut sein, dass die russische Seite hier auch in den nächsten Tagen weiter Druck auf die ukrainische Verteidigung ausüben wird. Soviel zur Situation zum 15. September. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.